ARD Text im Auftrag von Funk 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 an. Und ja, deswegen kann ich euch nur empfehlen, quasi jetzt nicht zu sagen, yo, Mist, das Gameplay ist so scheiße. Ich hab zwar geil kommentiert, aber ich nehm die Folge trotzdem nicht. Bei wenigem gutes Kommentar-Wrapp, das sollte es eigentlich auch stimmen, ne? Ja. Und das ist das Problem bei mir. Ich bin halt scheiße in Minecraft, mach nur Minecraft-Letsplates oder quasi fast nur Minecraft-Letsplates und trotzdem hab ich trotzdem Abos, weiß nicht. Aber das funktioniert anscheinend ja auch, ne? Weiß nicht. Und nochmal zum Juruts-Kanal, also zu Jolas-Kanal. Ja, Alter, ich hab fast nur 100 Abonnenten, aber auf jeden Fall. Nur 100 Abonnenten, nur 100 Leuten. Fast, ist auf jeden Fall richtig nice und ist richtig nice, auf jeden Fall. Und sorry, falls ich heute noch schlechter bin als sonst, das liegt daran, dass meine Maus kaputt ist und ich spiel jetzt mit der Maus meiner Mutter und da hab ich keinen Sprinten auf, ja. Tastatur meinst du nicht, Maus? Ne, Tastatur, ja genau, Maus. Ne, Tastatur meinst, du meinst Tastatur, oder? Ne, ich meine Maus, weil meine Maus leckt rum. Mit welcher Maus sprintet man denn? Ne, man kann doch dieses an die Seite so stellen, ne? Ja. Und das ist bei der Maus meiner Mutter nicht, jetzt muss ich immer... Was machst du ernsthaft? Ja, jetzt muss ich... Mir wäre das viel zu stressig, ey. Jetzt muss ich immer mit Wehren, ey. Das ist richtig komisch. Ich sprinte immer mit Steuerungen, also mit den Basic-Einstellungen quasi. Achso, ja, ja. No, 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 no. Tagen. Was? In den letzten 30 Tagen. Ja, nee, in den insgesamt. In den letzten 30 Tagen sieben. Ja, genau. Warte, was? Slash Steps? Ähm, in den letzten... Rate mal. Slash Steps? Warte. Rate mal, wie ich in den letzten 30 Tagen Bad Wurst gespielt hab. So ungefähr. 50. Eins. Alles klar. Insgesamt hab ich gespielt ähm, okay 1261 davon gewonnen 442. Verloren Ähm, ja Das geht ja noch Also, ich war früher immer so bevor ich mit YouTube angefangen hab, so ein Mega-Badwurst-Suchti, was Herr Bergmann und so anging, der hat ja Badwurst früher richtig diese Challenges gemacht. Ja, das hab ich früher mega gerne geschaut Finde ich eigentlich schade, dass das eher weniger kommt aber ich hab das früher auf jeden Fall richtig häufig geschaut. Deswegen war das so, als ich mit Minecraft angefangen hab, war das auch das Erste, was ich gespielt habe, ähm, Badwurst und das immer, immer, immer Badwurst, immer Badwurst Ah, das ist klar. Und ich weiß nicht, ich bin grad ein bisschen zu ähm, 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 beschissen ähm, irgendwie ein Bett abzubauen Ja, ja, kein, das bin ich auch gerade Aber, das sollten wir vielleicht hinbekommen Okay Warte mal, ein blaues Bett Kriegst du? Das Bett ist weg Ach, Entschuldigung, ist weg? Oh Das ist das gelbe Bett Ah, nein Das ist nicht das blaue Wir sind gut Ja, ja, wir sind richtig dumm Wir sind richtig verhindert, kann das sein Alles klar Okay, hat er grad ernsthaft das Verlassen, das Spiel? Oh, und ich hab den getötet Keine Grüße gehen an ihn raus Ohne Witz, also Ohne Witz, also Das geht gar nicht, finde ich Also, wenn man, wenn man schon mal runterfällt Dann sollte man wenigstens auch dazu stehen Aber, sowas Ich brauche mich mal Alles klar, ich bin gut vergelaufen Ich interpretiere jetzt einfach mal dein Geräusch Was du gerade eben abgegeben hast In ein Alles ist super, ich brauche keine Hilfe Ja Alles super, er braucht keine Hilfe Okay Ich hab das erste Mal Eisen In der Runde Ja, ich hab doch gar kein Eisen gehabt 50 Minuten Nicht ganz Ich bin schon wieder in der Base Brauchst du ein Schwert? Ah, nee, du bist ja ganz anders in der Base Ja, okay Schade Nein, ich bin schon hier zu Hause Aber du kannst Ich hätte dir auch gar kein Schwert gegeben So ist es auch nicht, aber Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Das finde ich irgendwie auch schade Dass Broken Thumbs sich getrennt hat, ne? Finde ich mega schade Broken Thumbs sind auch so ein Urgestein Mit Let's Player, ne? Ich weiß nicht Aber Broken Thumbs gibt's halt auch schon ewig HAUSER BITTEST WIG! Was? Nein, 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 nein Nein! Oh, ich bin tot! In drei, zwei, eins Oh, ich hab den Sprung überlebt, okay Moment hier, unser Teamlesel Wir sind behindert Ja, kann man sagen, ja Hm? Geht durch Und nochmal kurz, wenn ihr bei ihm vorbeischaut, guckt euch unbedingt die Skyblock-Folgen an, Alter. Nicht ernsthaft, oder? Doch, die waren... Haben dir die wirklich gefallen? Ja, die waren richtig geil. Ich fand die mega low, ohne Witz. Das sind halt einfach nur 10 Minuten Uncut-Videos. Ich weiß nicht, aber das ist einfach nur alles vorproduziert gewesen. Ich kate meine Videos auch nicht. Also nicht besonders gut. Ja, aber ich bin halt eigentlich ich. Bei mir besteht halt der ganze Kanal daraus, dass ich eigentlich kate. Och, Mann. Okay, wir sind jetzt Runde Nummer 2. Oder? Ich weiß nicht. Ich lebe noch, ich lebe noch, ja. Achso, du lebst noch. Ja. Also nicht Mist. Ja, ja. Nee. Wie war Amerika? Wie war Amerika? Oh, Junge, ne? Boah. Boah. Also, es gibt ein Land... Oh, ich bin tot! Was? Achso, erzählt dann nur noch die nächste Runde. Bis gleich! Das ist so peinlich gewesen. Tsch Ich bin ein Bünder. Du nehmst schon auf? Ja, hab ich. Ah, ist total geil. So, dann testet jetzt auf der nächsten Seite. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge mit Wurftmann! Hey Leute, und damit sind wir auch in Runde Nr. 2. Und wir werden einfach mal, ich würde mal sagen, Russia-Runde, oder? Ja, versuchen wir mal, oder? Machen wir mal. Ist das so ein Speed-Bilden, was du da machst, so No-Shift und so? Ja! Ich wollte doch das so runterfesseln. Ja, alles fertig. Alles klar bei ihm auf jeden Fall. Okay, hier ist auf jeden Fall mächtig Iron. Ich bin auf jeden Fall Iron Man, würde ich sagen. Kriegt ein Like, kriegt ein Like. Sprüche knapp war hier am Start, ne. Und wie gesagt, hab ich ja schon vorhin gesagt, ne. Falls du auf einmal fame wirst, ne. Meine Community ist einfach zu krass. Ne, okay, meine Community ist schon krass, aber er hat ja eh schon tausend Abonnenten. Ja, heul doch mal, als ob das jetzt plötzlich mich zum besseren Menschen machen würde. Also es macht mich zum besseren Menschen, aber du brauchst jetzt nicht so deutlich zeigen. Okay. Aber trotzdem sollen die bei dir vorbei sind. Ah, danke. Trotzdem sollen die gleich. Das klingt wie Minosdude. Mein Bus. Dann denk ich irgendwie an Minosdude. Ja, Minosdude ist cool. Wenn hier einer ist der... Versuch mal mit dem Video aufgenommen. Hast du mal gesehen? Ja, ja. Ja, ja. Fame-Bitch hier am Start auf jeden Fall. Uh, du, du, du. Ich hab jetzt ein Ohr von dem A Cappella-Song, den du jetzt auf gar keinen Fall reinkarten wirst. Wirst. Wär das wahrscheinlich. Wär das. Ah, ist klar. Deutschsprache ist besser. Ich bin tot. Ah! Alles! Ah! Ich mach das nicht. Wir sollten damit aufhören, okay? Ja. Wir machen eine Challenge. Okay, eine spontane Challenge. Ohne alles klar. Warte kurz. Was? Was? Ich warte nicht. Ich warte jetzt auf gar keinen Fall. Okay. Bevor er jetzt wieder da ist, werde ich jetzt nicht warten. Also, der wird jetzt ohne euch auf die Fresse bekommen. Ha, 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 ha. Fuck. Ha, 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 ha. Fuck. Was möchte uns er damit sagen, ist die Frage. Äh, jemand kommt zu unserem Bett. Was? Ich weiß auch. Und du, der Typ stellt sich einfach direkt dahin, dass ich das Bett nicht so wollen kann. Shut up and dance with me. Okay. Okay. Unser Bett ist weg. 3, 2, 1. Ich bin tot. Noch ne nächste Runde. Die nächste Runde nehmen wir. Alles! Sehr gut! Okay, ich bin tot. Okay, dann bis zum nächsten Runde. Bis zum nächsten Runde. Ich hatte euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Donner nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Und ciao.